Na, Leute zusammen, mich ist wieder heute im Channel und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch die Schäuble, so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Wissen ist Macht und für diese Achievement müssen wir folgendes machen. Bezwingt den Wächter der Ersten im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Wasserrennen den Sucher erst erleuchtet und dann besiegt habt. Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Wir müssen, bevor wir den Boss pullen, einen Mob uns besorgen. Und zwar, wenn ihr in den Bossraum von den Ersten reinlauft, dann ist der auf der linken Seite so ein bisschen eine Treppe hoch und da steht dann ein Mob. Das ist dieser besagte Watseran und den pullt ihr und pullt ihn erstmal zum Boss runter. Also nicht beim Boss gleichzeitig pullen, denn die Brücke geht sonst runter. Und dieser Watseran, der ist relativ langsam kastet die ganze Zeit zwischendrin und ist ein bisschen nerviger Typ. Also ihr zieht den erst komplett runter. Wenn ihr den unten im Bossraum stehen habt, dann pullt ihr den Boss. Und jetzt ist es so, dass wir den Typen einmal erleuchten müssen. Wie können wir den erleuchten? Das machen wir, indem wir den Boss in eine von diesen Kuppeln reinziehen und diesen Mob dann da auch mit reinziehen. Wenn der Typ erleuchtet wird, also sobald er da quasi mit in dieser Kuppel drin steht, in dieser Strahlekuppel, wird er erleuchtet und wird auch wieder komplett vollgeheilt. Also wenn ihr ihn vorher DPS macht, es wenig Sinn tatsächlich. Wichtige kleine Randinformation, ihr solltet ihn nur töten, wenn ihr auch sicher seid, dass ihr in dem Try den Boss dann auch tötet. Weil wenn ihr den Mob getötet habt, dann habt ihr halt keinen zweiten Versuch. Das ist so ein bisschen blöd. Der Mob an sich ist ein bisschen ätzend, der castet ständig irgendein Zeug. Und was sehr nervig ist, er macht eine Fähigkeit, entsetzliche Explosion nennt sich die. Und die stellt eine kleine Orb auf den Boden. Und innerhalb von 8 Metern werden Spieler, die das abkriegen, kriegen erstmal 33.000 Schattenschaden, was relativ viel ist. Und zusätzlich dann werden sie noch zurückgekickt. Und wenn euch das genau in der Kuppel drin passiert, wo ihr alle relativ nah in der Kuppel stackt und den Mob ja auch drin habt und ihr die Orb nicht seht, dann könnt ihr damit auch relativ schnell mal viben. Also da ein bisschen aufpassen. Wir hatten in der Gruppenkonstellation hier relativ viel Schaden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir den Mob gleich am Anfang loswerden. Wir haben ihn quasi runtergepullt in die erste Kuppel rein. Und haben direkt auch den Boss in die erste Kuppel reingezogen, was man ja normalerweise nicht macht. Und dann dementsprechend leuchtet der Mob so lustig, wenn er in der Kuppel steht, ist dann quasi erleuchtet. Und haben ihn dann sofort weggebürst und dann ganz normal den Bosskampf fertig gespielt, ohne irgendwas anderes. Und dann quasi das Achievement eingeheimst. Wenn ihr weniger Schaden dabei habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr den Mob ein bisschen außerhalb parkt. Aufpasst, wo ihr seine Kugel hinlegt, dass eure Gruppe damit nicht gesprengt wird. Und dann ganz normal, wenn ihr den Boss, wenn er halt keine Energie mehr hat, dementsprechend in die Kuppel reinzieht und dann den Mob dann auch reinzieht. Vielleicht am besten da auch HT ziehen, wenn dementsprechend der Mob drin ist, dass er halt schnell stirbt. Nicht, dass er euch mit der Orb noch aus der Kuppel rauskickt in Kombination mit dem Schaden, die die Orb eh macht. Killt euch das dann relativ schnell. Gut, das war eigentlich soweit alles, was ich euch sagen kann. Wie gesagt, wichtig ist halt, wenn ihr den Mob tötet, müsst ihr den Boss auch schaffen. Sonst habt ihr halt ein bisschen das Problem, dass ihr die resetten könnt oder es dann eine Woche später nochmal probieren könnt. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.